hi freunde und herzlich willkommen zu meinem channel und herzlich willkommen zum ersten real talk und zwar werde ich hier sagen behandeln wo man einfach drüber schwätze muss dann müssen wir drüber rede es gibt sachen die regen mich auf und zwar regen die mich jeden tag kriegen die mich auf und da müssen wir drüber reden also ist jetzt für euch der zeitpunkt gekommen lassen ein kleines abo da lassen weiter und wir gehen rein und zwar war ich unlängst bei in frankfurt bei einem metzger auf einem sehr belebten platz man muss dazu sagen also in der altstadt da war ich bei einem metzger den namen möchte ich jetzt eigentlich nicht nennen obwohl ich nennen müsste weil das so dreist und frech war dass ich sagen muss leute macht euch selber ein bild davon aber ich werde jetzt nicht denn aus rücksichtnahme auch weil es das erste video ist was ich jetzt als real talk heraushaue ich war auf der arbeit und dann dachte ich mir naja da ist ein metzger und dann waren da mag ich gesprüche dran wie ja schmeckt wie bei mama oder also ich übertreibe jetzt ein bisschen naja und dann bin ich da hin und abgesehen spießbratenbrötchen und spießbratenbrötchen mag ich da stehe ich drauf finde ich echt gut nach zwei spießbratenbrötchen ein spießbratenbrötchen bitte und dann sehe ich schon so dann die frau schneidet das brötchen auf und habe schon gesehen das brötchen ist wohl nicht ganz durch das sah so aus so krümelig und so halbgebacken und und da dachte ich ja ich habe nichts gesagt weil jede menge leute um mich herum gestanden und haben natürlich acht geguckt weil ich gesagt dieser platz war sehr belebt na jedenfalls die dem spießbraten legten auf den tisch und fängt es zittern an und unter den augen ihres chefes der geguckt der geguckt hat hoffentlich schneide nicht so viel ab schneidet die eine scheibe ab schneidet und zittert und schneidet und und der dass das das material also hier der spießbraten zerfällt quasi dabei schon schneidet sie ab und legt das auf das brötchen drauf und dann ist es eine scheibe gewesen die ungelogen also wirklich ungelogen das sieht man hier nicht so eine stärke hatte von 1,5 bis zwei millimetern so hauchdünn hat die das geschnitten dann sage ich junge dame ist das denn alles ist das wirklich alles und sagte ja schon das ist ein bisschen wenig was soll denn der spaß koste man sagt ja sechs euro 6 euro 6 euro für ein lappe wo man durchgucken kann und das war nur so 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 kleines so kleines scheibscher war das und der chef steht hinten dran und gucken schon wenn blicke töten können dann wäre ich in dem moment 100 mal umgefallen wäre tot gewesen er guckt mich an böse mir sagt und die und die guckt ihn ganz englisch an und dann sagt ja aber die lage und ich mache ihn noch zwei scheib drauf so ganz leise als es mir zwei scheibscher drauf gemacht das hat es aber nicht viel besser gemacht ja jetzt haben sie es ja schon gemacht jetzt muss ich die sechs euro brappen aber ich muss ihnen sagen ich finde es nicht korrekt dass was man da so beschissen wird zum einen zwei so kleine läppchen die so hauchdünn sind dass man dadurch die sterne sehen kann zum anderen brötchen was 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 irgendwie nicht mal fertig aufgepackt ist ja da staubt ich glaube der annäher von ihnen die die habe ich erst raus genommen aus dem ofen sag ich naja gut dann will ich nichts gesagt habe naja ich habe die richtig gemacht ja ist in ordnung hast du richtig gemacht werde ich dann sehen wenn ich es probiere ich das eingepackt natürlich böse blicke geerntet wieder so ist wenn man die wahrheit in deutschland sagt dann kriegt man sofort böse blicke wenn man sich traut zur sache hier leute ich wofür bezahle ich sechs euro für sowieso bisher lappe und kaputt ist ein scheiß brötchen sorry dass ich das so sagen muss dann ist mehr sofort dann ist man sofort ausgestoßen und dann vielleicht ist man auch nazi na aber ich finde man muss miss mischt ende in diesem land muss man ansprechen ich würde sie in jedem anderen land auch ansprechen wenn ich irgendwo in die türkei gehen würde und mir so ein fraß vorgesetzt wird dann würde ich auch dort meine kritik äußern und es steht mir in jedem land zu und es steht mehr über jeden laden zu kritik zu äußern und das mache ich in meinen videos und wenn es euch nicht passt also wenn es manchen etwas dann gibt nichts mehr abschalten aber jedenfalls habe ich dann ich habe leider nicht schnell genug geschaltet sonst hätte ich ein review darüber gemacht ich habe das ding mitgenommen ich weiß rein und weiß mir fast die zähne aus ich weiß mir echt fast die zähne aus und das hat an dem fast das war dann der letzte troppe wo ich gesagt habe ihr leute da ist der gedanke in mir gereift ich müsste eigentlich einen real talk machen das müsste ich einfach machen und vielleicht kommt sehr gut an vielleicht auch nicht wird sich zeigen na jedenfalls das brötchen hat schmeckt wie hund das war zum einen war es alt zum anderen war es nicht richtig aufgebacken es war eiskalt innen es war außen cross ja was heißt cross es war stahl hart außen und innen war es matschig und weich und kalt nass fast dann diese 22 läppchen da diese zwei ja das war nicht viel mehr wie was habe ich hier was dem gleich kommt ja hier viel mehr war das nicht geschmeckt hat es süßlich ich hab dir ja dann letzten endes runter genommen beim unternehmen vom brötchen sind immer schon auseinandergefallen da muss ich wirklich sagen leute nee das geht nicht ich meine man kann sowas man kann sowas begründen mit ein ja das ist ja die lage die lage es sind ist an einem belebten platz mitten in der altstadt da sind die mieten schweine teuer und deswegen müssen wir das so schweine teuer verkaufen dann sage ich mir ja bin ich mit einverstanden miete ist teuer die miete muss ja irgendwo herkommen aber es ist kein grund dann so zu knausern so über mäßig zu knausern dass man quasi das ist quasi betrug ja also der materialwert den ich da in der hand hatte waren vielleicht sagen wir mal ein euro euro und da bin ich schon gut dabei ein euro mehr kann das nicht gewesen sein und und sechs euro eingenommen bei aller liebe und bei allem verständnis für für die lage für die hohen mieten für die hohen kosten diese frau die das gemacht hat die hat bestimmt keine keine 4000 euro oder was im monat verdient oder irgendwie so einen hohen lohn verdient der es rechtfertigen würde dass man sagen würde oh ja wir müssen ja der hundert wieviel tausend an lohn zahlen und deswegen müssen wir es teuer machen nein das ist quatsch und außerdem ich finde ich bin jetzt kein metzger aber ich finde der materialwert der reine ist nicht so hoch dass man den billigen preis raus haben gerade an einem beliebten platz da würde ich mir reichweite generieren auf irgendeine art vielleicht man kann sie auch kaufen mache ich zwar nicht so aber aber als geschäftsmann als geschäft würde ich würde ich das sogar in der wägung ziehen und da würde ich sagen ja leute große aktion spießbraten brötchen für für 250 spießbraten brötchen ein brötchen für 250 und dann so eine dicke scheibe drauf machen und dann kann man dann am ende des hages sagen okay mit denen läppchen habe ich vielleicht habe ich 20 verkauft am ganzen tag aber mit so dicken also mit den läppchen für sechs euro habe ich vielleicht 20 verkauft ist jetzt mal so eine mutmaßung von mir aber mit den so dicken für 250 habe ich 50.000 verkauft oder sagen wir mal gehen das kleine an da habe ich 100 verkauft dann habe ich doch im großen und ganzen mehr drauf davon wenn ich sie billiger verkaufe dafür mehr die kunden sind happy die sagen sich wow geil hier bekommt man was für sein geld da komme ich gerne wieder ja ich meine so wie es mir ging weil sich das traurige etwas gesehen habe so geht es bestimmt auch vielen anderen und viele touristen sagen sich also leute nee wenn wir dann lassen sie dann eine schlechte bewertung da oder gar keine die meisten waren ja gar keine was eigentlich tun sollten normal sollte ich das auch mal vielleicht mal ist ja noch und und dann ist man dann ja dann ist man dann unglücklich und sagt sie ja ja also die guten erinnerungen aus dieser stadt frankfurt oder main naja ok aber die schlechten die bleiben mir in erinnerung ich habe da scheiß brücher gekauft für überteuert ja so viel so viel dazu man kann man kann man kann menschlich bleiben man kann man kann wirtschaftlich bleiben und man muss nicht die geldscheine zählen muss ich hier die geldscheine in den augen haben so wie der dieser metzger typ sie in den augen hatte sogar geguckt so scheiße hoffentlich nicht so viel ab hoffentlich nicht ja und da muss ich wirklich sagen nee sowas geht gar nicht und deswegen solche sachen die müssen wir ansprechen ja jetzt seid ihr in der reihe was haltet ihr davon findet ihr sowas gerechtfertigt ich meine dass aufgrund der lage aufgrund aufgrund des platzes dass man sagen muss okay teuer aber dafür mini scheibchen findet ihr das gerechtfertigt ja oder nein also das würde mich wirklich brennend interessieren natürlich bitte nicht beleidigen beleidigungen werden gelöscht wisst ihr aber sonst diskutieren mache ich sehr gerne und ja das war es mit dem ersten video lasst ein kleines like lassen abo da und wenn euch irgendwas auf der zunge brennt worüber ich mir gedanken machen muss als fahrer dann schreibt mir das unten in die kommentare rein kontaktiert mich ich bin für alles offen und demnächst kommen noch viel viel mehr solcher videos also bleibt gespannt bleibt dran und gute fahrt jungs und mädels wir uns Vielen Dank.